so versuch nummer vier einer guten runde sehr schön wieder zusammen der johnny hinter mir bewegt sich schon gar nicht ich hab doch bindungen oder wie das heißt so gute map jetzt bin ich warm wir können gleich weitermachen weil die hätte jetzt ziemlich schnell eine reingedrückt die eine spielt nicht mit als du dich hoch ja aber das ersten viertel sie lädt nach es ist ja nett also mich jetzt jetzt auf anstatt weil die andere nicht mit spielt ist natürlich ein einfaches ziel aber die lässt sie stehen schnelle heilung machen nee ich baller schnell mein teil rein jetzt macht sie mit ihr müsst jetzt für mich tanken alles klar ich gehe jetzt mal weg von euch hier das ist nicht hinter dir das ist ja ungünstig was da gerade passiert naja naja gut es ist die eine die sich bis eben nicht bewegt hat oh hallo das hätte ich nicht erwartet dass sie mich da hinter dem felsen noch erwischt aber hat sie aber hat sie aber hat sie aber hat sie so die eine rettet mich ja hier ist gar keine kiste hallo schnelle heilung oder ja ich habe halt wieder angefangen an den generatio zu gehen ja da kommt er 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 kommt da hau ab ja ich kann jetzt aber nicht sabotieren weil dann bin ich auch tot also das mit der heilung war im megaflop ey ich heile mich selbst danke aber ich muss auch sagen da kann ich ja gar nicht raus gegen die jägerin hier zu kämpfen ist halt echt übel die map die hat ja halt viel zu gute sicht ja das stimmt boah ich hab keinen bock mehr ja glaube ich die andere nähe mich brauchst du dich komm wieder zu euch komm wieder zu dir bist du hochgehalt ja ja besenkt mich auf wo geht es denn hin von dir aus ich hab verwandt die eine ist da oben und schiebert ja lockt auch jetzt weg dann macht ihr den gen da drüben zu zweit fertig oder kommst du mir geht auch das geheilt werden erstmal das wird schwer naja ich glaube es wird nichts weil wir zwei sind tot dann naja die anderen müssen halt jetzt so ein bisschen was machen sie auch gerade so ein bisschen die Aufmerksamkeit auf sich ziehen ich ballere mein Kistel rein das ist echt krass ne ja die kann die sauber werfen was mit dem anderen gender links neben mir wie weit haben wir nicht weit glaube ich aber der hat geifelhaken vielleicht sollten wir mal kurz loslassen okay das ist uns kraft oder was ja aber sie kommt eh her du musst mal weggehen sonst schmeißt sie okay du gehst da land und gehe ich hier land sie will dich sie hat mich echt noch getroffen ich habe diese scheiße gesehen versucht auszuweichen ja ich werde keine chance haben die schmeißt echt verdammt gut sie hat mich irgendwie glaube ich verloren aber du lässt in meine richtung da bin ich hinten bei dem gen wo wir gerade waren den kommt von hinten hinter dir rechts das würde mich eh treffen ich freu mal das ist weil du heute schon so viel gespielt hast ne ne das ist einfach die Uhrzeit hast du dich hochgehalten 30% die ist oben die wird da wahrscheinlich kann die da runter schmeißen na sicherlich einfach mal weitermachen weg 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 daneben okay ich mache hinten weiter am gen meine Güte die pfeffert ich stehe da im dünsten baum sie hat die Axt gehoben und guckt mich an das ding ist halt dass die anderen beiden nix machen das ist halt übel ich mache da keinen Gen die da oben die hockt dann nur und versucht zu T-backen oh da hinten die hat ein heilungstod gemacht ja oh oh sie will dich ne tschüss will sie mich sie kommt runter wer will mich nicht wenn ihr rüberkommst kann ich dich heilen sie ist nicht hinter dir doch sie ist halt oben oh von wo von wo durch das Fenster das gibt es gar nicht gibt sie dich auch sabotier mal noch nicht aber jetzt gleich jetzt eben ja ja ich weiß nicht wo es hoch geht hier natürlich du bist dann tot ne ja ach du scheiße meine Güte ey der dünnste baum der Welt der hat sie dreimal versucht durchzutreffen ganz vorbei also meine Güte Jamie Lee Curtis alter oh oh Schatz oh 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 das war gut das krieg ich nicht ok oh oh und dann erwischt sie einen Sohne das war geil jetzt hat sie kein Brett mehr äh keine Wurfachs mehr heil dich oh ne doch nicht oh Gott ist halt ewig ich glaub sie kommt Schatz zieh nein sie nicht oh sie hat schon wieder eine ich dachte sie hat keine mehr nein sie hat glaub ich auch gefüllt deswegen war sie so lange weg wo wir sie hier auffüllen sie kam von dem an der stoff vorne sie kam vom tisch ne ne die war gar nicht gemacht ne ne die kam vom tisch ne ne die kam vom tisch naja wie viel gents haben wir gemacht äh ich glaube drei wie viel sind gemacht drei ich weiß es nicht ehrlich gesagt die andere hat die ganze erst mal nichts gemacht und hat ge-tee-back ja ich hoffe ganz ehrlich ich hoffe ganz ehrlich dass die stirbt die hat original nichts fürs Team gemacht nichts die hat sich nur versteckt jetzt will ich mal gucken was die da noch machen die liegt jetzt schon am Boden ey man ey es ist aber wirklich ey wir waren nicht schlecht hier guck mal die das ist doch die 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 ganze Zeit umgefuchtelt hat ähm ja ich glaube ich weiß es nicht oder was ich weiß es nicht oder was ich weiß es nicht oder was die mit dem volle kacke alle die hat gar nichts gemacht na toll da kriegst du direkt auf den Sack direkt direkt seh ich schon jetzt kommt die Axt gegen den Kopf oh oh das wird nix das wird nix ich wünsche dir den Tod hoffentlich wird sie gemoriert ich wünsche dir den Mori Tod oh oh Leute geil alles klar schön und jetzt raus aus der Nummer jawohl warte ich will doch sehen dass sie stirbt ich brauch den Tod Schatz Schatz ich krieg weg das ist die größte Bewegung die sie überhaupt hatte in dem Spiel jetzt hier das kriechen so wow ganz ehrlich ihre Fitness Uhr zeigt bewegt dein Arsch die Dead by Daylight Uhr sagt mach Gents mach Team Punkte wie hieß die Skwammer wenn die jetzt ich weiß es nicht ob die das war oder die andere das war die definitiv mega also wenn die jetzt mehr Punkte kriegen als wir dann ist das das schlechte Spiel das es gibt da wie kriegt Damatio wofür kriegt die Punkte kann mir das bitte einer erklären wofür ah na gut es war vielleicht die die noch was gemacht hat aber die da unten Skwammer das war die sie hat original nix gemacht nix weg 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 vom Server nächsten bitte